Für unser Lehrbuch Jazz spielen ist nicht schwer. Kommen wir jetzt zu einem Stück Georgia Brown. Wir spielen es ganz langsam und ich muss zugeben, ganz so leicht sind die Griffe hier nicht, denn wir haben ein paar Griffe, die wir als normaler Gitarrenspieler nicht so einfach in den Fingern haben. Zum Beispiel G13, mit dem wir gleich anfangen und das dann verschoben wird nach unten bis zum E13. Also los! Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Musik